Amore und Son Quatsch. Ein Spielfilm für die Ohren von Angelo Colagrossi, Hans-Peter Kerkeling und Elke Müller. Lassen Sie mich Ihnen zunächst die wichtigsten Personen in der Reihenfolge Ihres Auftrittes vorstellen. Marion Pfütze, 32, Arzthelferin und gelernte Krankenschwester, geboren und wohnhaft im schönen Aufsess in der fränkischen Schweiz. Marion ist ein wenig üppig, aber durchaus attraktiv. Sie wäre mit sich und ihrem Umfeld im Reinen, wenn da nicht so ein Gefühl wäre, etwas zu verpassen. Deshalb hat sie ihren Dauerverlobten Heinz-Dieter immer noch nicht geheiratet und versucht stattdessen, ihn zu überreden, doch mal ans Meer zu fahren, nach Berlin oder fai wenigstens nach Nürnberg. Wolfgang Scharper, 40, ein waschechter Berliner. Inhaber der Domus-Unternehmensgruppe mit Firmensitzen in Neukölln, Dubai und San Marino. Kurz, er ist Immobilienmakler und hält sich für unwiderstehlich. Max, Ende 30, selbstständiger Astrologe und sehr stilsicher gekleidet. Max ist schwul und findet das gut so. Seine Kunden berät er zu Hause. Max ist berufsbedingt relaxed, da er weiß, dass man weder an guten noch an schlechten Sternenkonstellationen etwas ändern kann. Sören, Mitte 20. Gut aussehend. Sein Lieblingstier ist der Goldfisch. Sören hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Im Moment jobbt er im bauchfreien Matrosenanzug als Ticketkontrolleur auf einem Spreedampfer. Mit Max hatte er eine Affäre, die Max aber zu anstrengend wurde. Carla Palotta, Mitte 30. Ihr genaues Alter verrät sie nicht. Dunkelhaarig, temperamentvoll, kurzsichtig. Doch die Brille trägt sie nur in Notfällen auf der Nase. Vor rund zehn Jahren kam sie aus einem kleinen süditalienischen Dorf nach Berlin. Nun ist sie Rechtsanwältin. Mit Max verbindet sie echte Freundschaft. Immaculata Palotta, Mitte 60. Verwitwet. Eine stolze Erscheinung, streng und fast unnahbar. Sie besitzt einen kleinen Laden mit heiligen Figuren im kalabrischen Hafenstädtchen San Antonio. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Sohn Antonio. Der Tochter Carla hat sie nie wirklich verziehen, dass sie die Familie verlassen und nach Deutschland gegangen ist. Antonio Palotta, Mitte 20. Ein Bild von einem Mann. Für einen Italiener ziemlich groß, schlank und gut gebaut. Liebling der Mutter. Seit zwei Jahren ist er mit der Nachbarstochter Annunziata Marinelli verlobt. Bettina, 28. Schlank, durchaus attraktiv und Marions Freundin. Sie durchbricht als erste die Aufsässer-Ortsgrenze und verschwindet. Luca, Mitte 30. Gut aussehend, aber ein bisschen untersetzt mit einem freundlichen, offenen Gesicht und einem entwaffnenden Lächeln. Luca liebt das Leben, gutes Essen, schöne Frauen und das Trompetenspiel. Amore und so'n Quatsch. Schwimmbad auf Sess. Marion Pfütze unter einer Badekappe mit bunten Blümchen bei der Wassergymnastik. Sie müht sich redlich. Außer ihr nur eine alte Dame, ebenfalls mit Badekappe, die langsam ihre Bahnen zieht, pingelig darauf achtend, dass ihre Haare nicht nass werden. Die alte Dame. Das Fräulein Pfütze. Immer fleißig, gell? Ja, ja. Man muss feiern bald bleiben, gell? Als Sagen's, wo ist dann heute Bettina? Ich weiß auch nicht. Landarztpraxis aufsess. Es ist nichts los. Marion, die Arzthelferin und gelernte Krankenschwester, geht ins Behandlungszimmer, in dem Dr. Treudelbach gelangweilt hinter seinem Schreibtisch sitzt. Herr Dr. Treudelbach, wo ist denn die Bettina? Jetzt denken sie sich, Fräulein Pfütze, die Bettina hat sich im Urlaub in Italiena verguckt. Jetzt bleibt sie da, wie ich ein Amore und so'n Quatsch. Jetzt frage ich sie, wie kann man sie durchdrehen? Marion sagt gar nichts, geht wieder raus. Im Wartezimmer sitzt die alte Dame aus dem Schwimmbad. Marion. Allmächt, ist was passiert? Na, na, sie haben ihre Badegabben vergessen. Sie übergibt ihr die Kappe, steht langsam auf und verlässt die Arztpraxis. Elektroladenpfütze aufsess. Marion kommt mit Einkaufstüten in den Laden ihres Vaters und stellt sie ab. Hinter dem Tresen sitzt ihr Vater und atmet schwer. Grüß dich, Baba. Na, wie geht's? Ach, das Herz. Ja, das Herz, Baba. Baba, denk dir, die Bettina ist feiweg. Die Türglocke geht. Die alte Dame aus dem Schwimmbad betritt den Laden mit einem Doppelstecker in der Hand. Grüß Gott, Herr Pfütze. Haben Sie einen Dreifachstecker? Na, ich hab nur einen Zweifachstecker. Einen Dreifachstecker müsst ich bestellen. Das dauert eine Woche. Allmächt, das ist aber lang. Nichts für ungut, einen schönen Tag noch. Die alte Dame geht wieder raus. Der Vater. Welche Bettina? Parkbank, Aufsess. Nachmittag. Heinz-Dieter sitzt gelangweilt auf dem Aufsesser-Dorfplatz auf einer Bank und schaut auf die Uhr. Eisdiele, Aufsess. Wir sehen, wie der Eisverkäufer Eiskugeln in Becher füllt. Vor der Glastheke steht Marion, die verträumt auf ein großes, vergilbtes Bild von einem süditalienischen Fischerdorf sieht, das hinter dem Eisverkäufer an der Wand hängt. Aus einem quäkenden Lautsprecher hören wir das Lied »Tie Amo« von Howard Carpendale. Marion legt Geld auf die Theke und geht wieder. Parkbank, Aufsess. Heinz-Dieter sitzt genauso wie zuvor auf der Parkbank. Jetzt kommt Marion mit zwei riesigen Eisbechern mit viel Sahne auf ihn zu. Heinz-Dieter. Marion, ich watsche so lang, immer warte ich auf dich. Er nimmt sich mit Blick auf Marions Figur beider Eisbecher und beginnt daran zu schlecken. Marion, heute ist Mittwoch heute nicht. Ach so, ja, heute nicht. Marion sieht enttäuscht auf ihr Eis in Heinz-Dieters Hand und setzt sich missmutig auf die Bank. Heinz-Dieter denkt dir, die Bediener ist weg. Die alte Dame aus dem Schwimmbad kommt vorbei und hält inne, als sie Marion sieht. »Freundfütze, jetzt schauen Sie, was mir eingefallen ist. Ich hab mir zwei Doppelstecker gekauft und zusammengesteckt und jetzt hab ich einen Dreifachstecker.« Stolz präsentiert sie ihre Konstruktion und fragt im Gehen, »sonst morgens wieder beim Schwimmen.« Marion, »Heinz-Dieter wollen wir nicht mal ans Meer fahren.« »Ach, das ist so weit weg. Aber wenn's magst, fahren wir mal am Bernacher See.« Schwimmbad, Aufsess. Nächster Tag. Marion steht bewegungslos im Wasser, die alte Dame schwimmt vorbei. »Grüß Gott, Freundfütze, immer pfeifleisig, gell?« Marion reagiert nicht. Sie lässt sich langsam nach hinten fallen, um auf der Wasseroberfläche zu treiben. Aufsess, Hauptstraße. Marion trottet die Straße entlang. An ihr rast ein Sportwagen mit völlig überhöhter Geschwindigkeit vorbei. Am Steuer ein etwas schmieriger Typ und neben ihm eine vor Freude juchzende Blondine. Das sind Wolfgang Scharper und seine Frau Yvonne. Das Makler-Ehepaar, von dem wir noch einiges hören werden. Der Wagen fährt aus dem Dorf hinaus. Vorbei an dem Ortsschild Aufsess. Marion blickt dem Wagen sehnsüchtig hinterher. Auf der Heckscheibe ist deutlich die Aufschrift »Just Married« zu lesen. Wohnzimmerhaus Pfütze. Die Einrichtung ist rustikal mit einigen heiligen Figuren an den Wänden. Marions Vater macht seine Stehlampe an und setzt sich vor den Fernseher. Dort läuft ein Bericht über den Christopher-Street-Day. Marion kommt mit zwei Tellern herein, stellt ihrem Vater den Salatteller hin und nimmt sich selbst den Leberkäse mit Bratkartoffeln und Spiegelei. Der Vater guckt enttäuscht. Krieg ich kein Leberkäse? Ach, Papa, dein Herz. Ach ja, das Herz. Papa, warst du schon mal in Berlin? Du, da ist was los. Alles Verrückte, Hasche, Hippies, alles Schwule, Verbrecher, alle miteinander. Sado und Camorra. Ich such immer kleine statt kleine Probleme, große statt große Probleme. Ach, ich tät so gerne mal wegfahren. Nach Berlin. Marion, du bist wie deine Mutter. Die war auch so ausgeflippt. Die wollte immer auf Bamberg und jetzt ist sie tot. Heinz-Dieter kommt herein. Er setzt sich zwischen Marion und ihren Vater. Er sieht Marions überfüllten Teller und tauscht ihn gegen den Salatteller vom Vater. Der Vater freut sich. Heinz-Dieter. Marion, heute nett. Heute ist Donnerstag. Ach so, ja, heute nett. Marions Vater stopft sich genüsslich den fetten Leberkäse und die Bratkartoffeln rein. Der Vater. Heinz-Dieter, wann willst du denn endlich meinen Marion heiraten? Sie will ja nicht. Jetzt willst du ans Meer fahren. Ich denke, du willst nach Berlin. Nach Berlin. Marion, Nürnberg ist doch schon so unübersichtlich. Darf man nicht einmal ein wenig träumen? Der Vater stopft sich genüsslich noch einen Happen Leberkäse in den Mund. An dem letzten Bissen schluckt er schwer. Friedhof. Aufsess. Totale von einer Beerdigung. Marion steht am offenen Grab und wirkt ziemlich gefasst. Neben ihr Heinz-Dieter, die alte Dame, der Dr. Treudelbach und ein paar Trauergäste. Die alte Dame kondoliert Marion. Alte Dame. Und den Elektroladen wollen sie wirklich nicht behalten? Da müssen wir jetzt selbst für einen Doppelstecker bis nach Bamberg. Jetzt kommst morgens wieder zum Schwimmen. Jetzt kondoliert Dr. Treudelbach aus der Landarztpraxis Marion. Dr. Treudelbach. Wenigstens so trauergehrter Hitze schicken können die Bettina. Heinz-Dieter und Marion gehen vom Grab in Richtung Ausgang. Vor der Eisdiele in Aufsess. Marion und Heinz-Dieter kommen von der Beerdigung und bleiben vor der Eisdiele stehen. Im Hintergrund hören wir wieder, wie in einer Dauerschleife Tiamo quäkt. Marion, warum willst du denn den Elektroladen nicht behalten? Wenn du den Laden übernehmen würdest, da könnt man doch heiraten und ich könnte in Vorruhestand gehen. Marion hat zwei Eis geholt, gibt Heinz-Dieter aber nichts ab. Marion, auch wenn der Papa da das allmöcht, heut ist Mittwoch, heut nicht. Heute ist nicht Mittwoch, heut ist Schluss. Blick auf Berlin. Berlin, quirlig, laut und voller Leben, aus der Vogelperspektive gesehen. Büro einer Partnervermittlung. Bildfüllend ein Werbeposter mit www.lovedate.de. Marion tritt ins Bild und setzt sich etwas umständlich auf einen Drehhocker, welcher sofort nachgibt und nach unten saust, sodass Marion den Hocker wieder umständlich nach oben schrauben muss. Sie hat sich fesch gemacht, eine neue Frisur, peppiger als vorher, aber für Berlin immer noch sehr trutschig. Moderator. Also, heute ist Mittwoch, der Dreißigste. Ach, Mittwoch ist heut. Ja, dann fang halt mal an. Ein nerviger Jingle setzt ein. Der Single der Woche ist heute. Ich bin die Marion Pfütze. Ursprünglich komme ich aus Aufsäs, das liegt im schönen Franken bei Bamberg. Aber ab jetzt heißt es... Jetzt macht sie mit den Händen in der Luft deutlich die Gänsefüßchen. Ich bin ein Berliner. Ich bin 32 Jahre, Krankenschwester, dir lieb und unternehmungslustig. Und ich würde gerne mal ans Meer fahren. Wenn du Kontakt zu mir aufnehmen möchtest... Jetzt hält Marion eine Tafel mit der E-Mail-Adresse hoch. Schreib mir unter www.lovedate-mmpf für marionpfütze.de Der Moderator korrigiert ihre Aussprache. www.lovedate-mpf.de Marion versucht es nochmal. www.lovedate-mpf.de oder halt einfach einen Brief. Sag mal, in welcher Rubrik soll jetzt die Anzeige? Gay, hetero oder bizarr? Beim Notar. Marion sitzt vor einem großen Schreibtisch. Darauf steht ein Blumenstrauß. Es sieht aus wie auf dem Standesamt. Neben ihr ein Kaugummi-kauender, langhaariger, etwas schmieriger Typ mit orange-getönter Sonnenbrille. Es ist Wolfgang Schaper, der mit seinem Sportwagen samt Blondine vor einigen Wochen durch Aufsäs gerast war. Der Notar. So, dann kommen wir jetzt mal zum offiziellen Teil. Heute haben sich hier versammelt. Marion Pfütze, geboren am 13.08.1976 in Aufsäs bei Bamberg. Krankenschwester, kann ich bitte mal Ihren Ausweis sehen? Marion steht auf, gibt ihm den Ausweis und bleibt feierlich stehen. Sie können sich ruhig wieder setzen. Ach so, ja, ich hab das nun nicht so oft mocht. Die meisten Menschen machen das nicht so oft in ihrem Leben. Nun wendet er sich dem Mann an Marions Seite zu. Und Herr Wolfgang Schaper, geboren am 27.03.1969 wohnhaft in Berlin, Inhaber der Domus-Unternehmensgruppe Neukölln-Samarino-Dubai, ebenfalls durch Personalausweis ausgewiesen. Wolfgang Schaper. Ja, nu komm mal in den Hufe. Ich hab heut noch zwei so ne Termine. Und ich muss nur bei den Bullen vorbei. Die Knallkörper haben mich wieder geblitzt. Die Kästen sollten mal alle kaputt kloppen. Der Notar. Ich gehe davon aus, dass der von mir verlesene Vertrag akzeptiert und verstanden wurde und nunmehr durch meine und ihre jeweilige Unterschrift Rechtsgültigkeit erlangt. Marion und der Verkäufer der Wohnung, Herr Schaper, sehen sich lächelnd an und unterschreiben den vorgelegten Vertrag. Wolfgang Schaper verlässt fluchtartig die Kanzlei. So, Freunde, Tschüssikowski. Notar. Ja, dann darf ich Ihnen, liebe Frau Pfütze, ganz herzlich gratulieren. Sie sind jetzt alleinige Besitzerin der Eigentumswohnung in der Frenzelstraße 113. Sie wissen aber schon, was das für ne Gegend ist. Wieso? Naja.